Heute, vor 200 Jahren, ist der Philosoph Friedrich Engels auf die Welt gekommen. Zu diesem Anlass erzähle ich hier, wie er davon geschwärmt hatte, wie Christinnen und Christen in kommunistischen Gemeinschaften in Wohlstand und Harmonie zusammengelebt haben. Ja, ihr habt richtig gehört, der Engels hat regelrecht geschwärmt von diesen Christen. Aber noch heute meinen viele Sozialisten, sie müssten gegen Christen reden. Und viele Christen schimpfen immer wieder über Sozialisten. Überhaupt scheinen viele Leute nur so eine feste Überzeugung zu haben, wenn sie schlecht über andere reden. Bei solchen Zänkereien geht vergessen, dass ernsthafte Diskussionen nur möglich sind, wenn man in wesentlichen Sachen die gleiche Grundlage teilt. Und wenn die Menschen zusammenhalten, wie der Engels betont hat, dann sind sie unendlich viel stärker als alle anderen. Friedrich Engels war ein entschlossener Humanist. Mit Gott konnte er nicht viel anfangen. Gott im Sinn des Höchsten und Wichtigsten, das war für ihn der Mensch. Das, was die Leute das Göttliche nennen, führe sehr oft zum Unmenschlichen, hat er erklärt. Und Beispiele dafür hat es aus der christlichen Geschichte leider immer genug gegeben. Wenn man sich heute mit der Religionskritik von Friedrich Engels auseinandersetzt, muss man aber wissen, dass damals ein wissenschaftlicher Umgang mit Religion höchst verpönt war. Wer heute Theologie studieren will, muss sich intensiv mit philosophischen und wissenschaftlichen Methoden auseinandersetzen. Und sogar wenn jemand einfach nur Pfarrer oder Pfarrerin werden will, dann wird von ihr verlangt, dass sie sich auf höchst kritische Art und Weise mit ihrem Glauben auseinandersetzen kann. Damals, im 19. Jahrhundert, als Friedrich Engels gelebt hatte, ist das aber überhaupt nicht der Fall gewesen. Damals wurde die Auseinandersetzung mit dem Christentum dominiert von einer Wissenschaftsfeindlichkeit. Wer sich wissenschaftlich mit dem Christentum auseinandersetzen wollte, hat den stärksten Widerstand aus religiös-konservativen Kreisen gespürt. Der aufgeklärte Umgang mit Jesusgeschichten, ja sogar mit Wundererzählungen, ist oft stur, nicht selten gewaltsam abgelehnt worden. Als Friedrich Engels 19. Jahrhundert war, kam es in Zürich zu einem Ereignis, das für weltweit das Aufsehen gesorgt hatte. Das fundamentalistische religiöse Volk hat sich auf die Regierung gestürzt. Sie hat die Regierung geputscht, weil sie an der Uni Zürich einen neuen Professor für Theologie beschäftigen wollte, der sich wissenschaftlich mit dem Leben von Jesus auseinandersetzt. Wissenschaftliche Ansichten, die damals zu einem Aufstand der Landbevölkerung geführt haben, sind heutige Theologinnen und Theologen eine Selbstverständlichkeit. Auch in seiner eigenen Familie hat Friedrich Engels gelitten unter strengen und unvernünftigen religiösen Ansichten. Wenn sich Engels und viele von seinen Zeitgenossen damals sehr kritisch gegenüber Religion geäussert haben, dann darf man das nicht vergessen. Während der damaligen Zeit war der religiöse Fundamentalismus in Europa extrem verbreitet. Im Engels sind die Ansichten damals stark von dem abgewichen, was die Mehrheit der Menschen, die sich religiös nennen, selber für selbstverständlich gehalten haben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, wegtäuschen, dass viele von den zentralsten Positionen des Engels sehr wohl innerhalb des Christentums verortet werden können. Mit anderen Worten, vieles, was für die Philosophie und die Politik des Engels äusserst wichtig war, ist auch für viele religiöse Menschen ein zentraler Aspekt ihres Glaubens. Was der Friedrich Engels besonders positiv wahrgenommen hat und ihn völlig aus dem Häuschen gebracht hat, das ist der christliche Kommunismus. Der Engels war der Meinung, dass christliche Gruppierungen die ersten waren, die kommunistisch zusammengelebt haben. Und zwar äusserst erfolgreich. Im Wort Kommunismus steckt das latinische Wort für Gemeinschaft communitas und für den Engels liegt der Kern des Kommunismus im sozialen Leben in einer Gütergemeinschaft. Das heisst, alles gehört allen. Und von christlichen Gemeinschaften, die auf sehrige Art und Weise zusammenleben, hat der Engels ausführlich und sehr positiv berichtet. Christliche Gruppierungen, die aus Europa vertrieben wurden und sich in Amerika eine neue gemeinschaftliche Existenz aufgebaut haben, sind für den Engels der lebendige Beweis gewesen, dass eine kommunistische Gesellschaft möglich ist. Wer es das Gefühl hätte, dass Sozialismus und Kommunismus zwar schön, aber unrealistisch sind, der sollte sich doch mal die religiösen Gruppierungen anschauen. Die ersten Leute, die in einer sehrigen Gemeinschaft gelebt haben, war der Engels überzeugt, dass sie eine Gruppe aus Europa vertriebenen Protestanten waren, die in brüderlicher Liebe und Gemeinschaft der Güter zusammengelebt und auf ihre eigene Art und Weise Gott verirrt haben. Und obwohl sie ein sehr strenges religiöses Leben gelebt haben, sie hatten nicht einmal Sex miteinander, konnten sie ihre Mitgliederzahlen in kurzer Zeit verzehfachen. In ein Gesellschaftsmodell sei sie nämlich derart erfolgreich gewesen. Bald haben Hunderte von Leuten in vollendeter Harmonie miteinander gelebt. Der Engels erzählt, Jede von diesen Gemeinden ist eine schöne Stadt mit Wohnhäusern, Fabriken, Werkstätten, Versammlungshäuser, Scheunen, Blumen und Gemüsegärten, Obstbäumen, Wälder, Weinbergen, Wiesen und Ackerland im Überfluss. Sie haben Vieh von jeder Art, Rösser, Rinderschaf, Soi, Federvieh, Mehr als sie brauchen können und alle zusammen von der allerbesten Zucht. Ihre Schäunen seien immer voll mit Korn und ihre Vorratskammeren voller Stoff zum Kleider draus machen. Der Lüthgöch ist so gut, hat die Engels gemeint, dass sie scheinbar nur noch aus purem Zeitvertrieb würden arbeiten, weil sie hätten sonst einfach nichts mehr zu tun. Und unter diesen religiösen Leuten gibt es keine, die gegen sein Willen arbeiten müssen. Weil sie in einer Gemeinschaft leben, wo alle Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, gibt es keine höhere und niedere Arbeiten mehr. Es gibt ja keine höhere und niedere Menschen. Es gibt keine niedere Arbeiten, wo man sich dafür schämen müsste. Man ist wegen dem nicht nieder, wenn man diese macht. Und weil die Menschen in einer sehrigen Gemeinschaft miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, werden sie schnell reich und können viele Arbeiten durch Technik ersetzen. Besonders fasziniert ist der Engel von der Konstruktion von Toiletten, die es in diesen Gemeinschaften geben soll. Und zwar spricht er von Water Closet, WC. Und in denen würden die Fäkalien durch Rohr weggespült, ohne dass das irgendjemand von Hand machen müsse. Wenn du das jetzt hörst, liebe Zuhörer, und du mein Schweizerdeutsch verstehst, dann ist die Chance sehr gross, dass für dich ein WC selbstverständlich ist. Aber denke bitte daran, dass auch heute noch jeder dritte Mensch auf dieser Welt sein Geschäft immer noch im Freien verrichten muss und dass es Leute gibt, die die Fäkalien zusammenwischen und fortbringen müssen. Technisch und finanziell machbar wäre das schon längst. Aber weil wir immer noch in einer Welt vom Gegeneinander und nicht vom Miteinander leben, können auch heute noch viele Menschen nur von WCs träumen. Wie damals unser sozialistischer Philosoph. In diesen christlichen amerikanischen Städten gab es damals keine Arme, keine verlassene Witwen, keine Weisen. Und in keine dieser Städte gab es auch nur einen einzigen Polizisten, hat die Engels gemeint. Keine Richter und Soldaten gab es auch keine Gefängnisse. Die amerikanischen Gesetze würden für die Gemeinschaften gar keine Rolle spielen, weil aus ihren Bürgern überhaupt nie ein Verbrecher hervorgeht. Im Engels seine Meinung über die christlichen Gemeinschaften war wahrlich grenzenlos positiv. Auch hat er in die fortschrittliche, urchristliche Regierungsform gelobt, in der die Frauen zu gleichen Teilen wie der Mann beteiligt war. Aber die Befehle seien gar nicht nötig. Sie hängen die Leute immer durch Güte überzeugt. Diese Erzählungen des Engels klingen ein bisschen wie ein Meer. Und selbstverständlich hat der Engels sein ganzes Geschick als Erzähler da reingelegt, um die Menschen davon zu überzeugen, zusammen zu leben, statt gegeneinander. Das Leben in diesen christlichen Gemeinschaften war selbstverständlich übertrieben dargestellt. Der Engels war aber keineswegs der Einzige, der davon berichtet hat. Der Besuch in diesen Gemeinschaften war damals fast ein Muss für jeden USA-Reisender. Und es existieren zahlreiche Erzählungen von staunenden Menschen. Was der Engel selber abgelehnt hat, sind viele der religiösen Ansichten dieser Gruppierungen. Er hat das abgeschmackt und unvernünftig gefunden. Besonders schräg hat er gefunden, dass die Gruppen sexuell enthaltsam leben. Wenn aber sogar Gruppen mit derart verrückten Vorstellungen den Kommunismus verwirklichen, hat der Engels argumentiert, wie leicht muss das dann für andere Menschen sein. Weil von einer Sache ist Friedrich Engels völlig überzeugt gewesen. Wenn die Menschen zusammenarbeiten und Güter miteinander teilen, dann müssen alle Menschen weniger arbeiten, haben alle mehr Zeit, ihren Geist und Verstand zu schulen, sie verhalten sich ethisch korrekter, sie werden generell bessere Menschen und führen ein besseres Leben, als in solchen Gemeinschaften, wo jeder Mensch auf seinem eigenen Eigentum sitzt. Ein Leben in Gütergemeinschaft ist nicht nur von christlichen Gemeinschaften umgesetzt worden, wie der Engels erkannt hat, sondern das Leben ist geradezu urchristlich. Wenn in der Bibel beschrieben wird, wie die ersten Anhänger von Jesus in Jerusalem zusammengelebt haben, wird hervorgehoben, dass sie alles gemeinsam hatten, dass sie jedem so viel gegeben haben, wie sie gerade nötig gehabt hätte. Das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen und im Neuen Testament wird immer wieder darauf verwiesen. Entsprechend hat es immer wieder christliche Gruppierungen gegeben, die in Gütergemeinschaft zusammengelebt haben. Aber erfunden haben das auch die ersten Christen nicht. Der Jesus selber hat die Ideen aus der jüdischen Bibel gepredigt, wo darin erklärt wird, dass das, was es zum Existieren braucht, nicht den Menschen gehöre, sondern Gott. Und übrigens hat es auch im Islam, spätestens im Mittelalter, zahlreiche Gemeinschaften gegeben, die alles miteinander geteilt hatten. Davon berichtet der Reisegelehrte Ibn Battuta, der auf seiner Reise durch die Türkei jeweils bei so einigen Gruppen gewohnt hat. In diesen Gemeinschaften sei es üblich gewesen, dass die Arbeiter am Abend verdiente Geld zusammengebracht haben, um dann damit für alle zusammen zu essen und zu trinken zu kaufen. Und wie sie zusammen grosse Feste feierten mit Bankett, Musik, Tanz, philosophischen Diskussionen, davon hat Ibn Battuta regelrecht geschwärmt. Und geschwärmt hat eben auch Friedrich Engels über religiöse Gemeinschaften. Man könne über diese religiösen Gemeinschaften überhaupt nichts negativ sagen, hat Engels betont. Ausser eben, dass wir ihre zum Teil abstruse religiöse Ansichten bemängeln können. Und was die Moralerziehung von den Kindern angeht, so hat es den Engels sinnvoll gefunden, die auf eine Sache zu reduzieren. Was du nicht willst, dass andere dir tun sollen, das du auch du ihnen nicht. Die Erkenntnis ist alt. Christen haben sie irgendwann als die goldene Regel bezeichnet. Und es gibt sie in allen Religionen wie auch im Sozialismus. Wenn wir diese Regeln ernsthaft verfolgen, dann bereitet das die Grundlage dafür, auf wunderbarste Art und Weise zusammenzuleben. Egal, ob wir das Reich Gottes oder Kommunismus nennen wollen. Gott ist nicht ist ist . Gott hat das